Was geht ab, Leute? Event ist vorbei, wir haben endlich wieder Zeit um Nokcan zu jagen und Arenen zu machen. Gerade noch so in letzter Minute geschafft. Nokcan. Wir sehen uns, nachdem ich ihn besiegt habe. So, gefangen. Schauen wir mal. Leider nicht. Ich habe in letzter Zeit eine Menge Hunderter erlöst bekommen. Checkt das Video von gestern oder vom Freitag ab. Weil das hier seht ihr wahrscheinlich erst Sonntag oder Montag. Sonntag, glaube ich. cough Racco So, da vorne ist noch einmal Nokcan im rocket stop aber nur noch zwei minuten da müssen zahlen zulegen immer knapp immer sehr sehr knapp sehr verteilt die rocket stops danach direkt zum nächsten kann man ganz schnell jeder fern mir kein zeit ich habe ein paar andere auf dem weg hier gemacht aber wir können die noch nicht checken halt aber halt ich doch man oh mein gott so da haben wir ihn und auf zum nächsten scheinen des tages schon wieder ein minum den schnell mitnehmen und dann ab in den click rate und dann auf zum nocchan go 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 und rein freier rate pass augen an punkte hunderter zack und schon sind wir fertig 531 leider nicht 546 hat mir gebraucht und leider auch die scheine so noch ein nocchan abgeholt dann checken wir jetzt mal der will bisher nicht drin bleiben entweder gefährlich oder ein gutes zeichen ok der ist dann jetzt ich wollte sagen dann check mal noch die ganze krypto ausbreite von heute ab 287 leider nicht was haben wir hier eigentlich okay das können wir erstmal vergessen und hat sich eine menge angesammelt checken mal das radikal ne 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 leider nicht zwölf ist der eine wert schade du mann der eine starter der mir noch fehlt ne 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 schade trasse 100 woche richtig schlecht war noch schlechter ne und what the fuck oh ne leider nicht ganz ok das war es ja den haben wir schon schade seitsprung er ist jetzt sonntag ich habe hier ein lotschan für euch IV check und richtig schlecht. Da vorne ist noch einer. Ich habe gerade ein X-Ray gemacht, blende ich nebenbei ein. Braut nicht schlecht, nichts besonderes. Keine Berge, nichts. Einfach gefangen. Ich habe später noch einen, den sehen wir dann in voller Länge. Aber sonst, hier vorne Noc-Chan, Aränen machen, das übliche halt. Ihr wisst Bescheid. Ich schreibe noch in den Tagen, wie es bei euch so lief. Hattet ihr ein X-Ray, habt ihr den Shiny bekommen. So Leute, wir sind wieder zu Hause. Ich habe den Raid doch nicht, wie gesagt, ganz gefilmt. Ich weiß nicht, war irgendwie gestern echt schlapp. Raid mitgemacht, blende ich hier nebenbei ein, aber nichts besonderes. Also bisher noch kein Shiny und noch keinen guten. Also noch keinen guten. Ich habe genug gute Mewtwo, aber von den X-Rays jetzt, wo er seitdem er wieder da ist, da haben wir noch nichts Gutes bekommen. Nächste Woche sind die X-Rays wieder am Montag und dann geht es halt immer so weiter. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und dann erst wieder Wochenende. Aber ich weiß gar nicht, ob die so lange noch da sind, dass wir das Wochenende wieder erreichen. Weil die sind ja nur limitiert für eine gewisse Zeit da. Die X-Rays sind mit Mewtwo spukbar und dann kommt wahrscheinlich der nächste X-Rayboss. Ne, an sich erreichen wir nie nochmal das Wochenende. Weil das ist immer zwei bis dreimal. Einen Tag und dann kommt der nächste und dann, ich glaube, wir erreichen nicht mal Donnerstag oder so, Mittwoch oder so. Ich habe meine nächste Woche 11.30 Uhr, der wird bleiben. 13 Uhr vielleicht, muss ich noch schauen. Und garantiert einen um 17 Uhr oder 17.30 Uhr. Der ist eigentlich recht schuldig. Mal schauen, vielleicht kriegen wir da was. Ich glaube, nur in den Kommentaren, wie es bei euch so lief. Habt ihr Entscheidungen im YouTube bekommen, mit Spukball. Ansonsten guten Start in die Woche wünsche ich euch. Will mal liken, subscribe und kommentieren. Checkt die Analyse ab. Wir gucken auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokemon is serious business.